Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute wollen wir diese wunderschöne Szene hier generieren und ja auch den Wolf hier einbauen. Dazu habe ich schon mal ein kleines bisschen was vorbereitet, damit wir heute fixer starten können. Und ja, wir wollen heute nicht alles übernehmen oder besser gesagt alles neu schreiben, was wir bisher gemacht haben. Deswegen, ja, ihr braucht als allererstes mal diese Dateien hier. Das sind Bilddateien. Ich traue euch zu, dass ihr die selber runterladet und das sind im Endeffekt die Hintergrunddateien. Und ja, die kann man so einfach übernehmen und kann man so auch gratis bekommen. Die sind auf GitHub von 3.js als Beispiele. Die könnt ihr so runterladen und dann einfach verwenden. So, anschließend haben wir hier noch diesen Wolf. Den finden wir hier auf free3d.com. Da könnt ihr aber generell jedes 3D-Modell nehmen. Manche kosten halt was. Und anschließend haben wir hier noch den Object Loader. Das ist mal wieder eine Library. Ich traue euch mittlerweile zu, dass ihr wisst, dass ihr hier einfach einen Object Loader.js-Datei erstellen müsst. Hier das RAW nehmen müsst und reinkopieren müsst und das Ganze in lib speichert. Anschließend haben wir hier noch eine neue Main.js-Datei. Ich habe die jetzt einfach Main.2 genannt, weil das quasi unser zweites Ding ist. Und ja, die DAT-GUI bleibt auch erhalten. 3.js bleibt drin. Im Endeffekt könnt ihr alles hier drin lassen. Es wird ja dann nur geladen in der HTML und ja, im Endeffekt später dann halt nicht mehr. So, und dann würde ich vorschlagen, fangen wir hier direkt einfach an. Und ja, wir fangen wirklich von vorne an. Aber ich werde da jetzt nur ganz kurz drüber gehen. Ihr könnt das aber auch gerne mal selber probieren. Und zwar als allererstes brauchen wir die Variable scene ist gleich new3.scene. Und ich werde hier das Ganze auch ein kleines bisschen verkürzen, denn wir brauchen nicht alles. Also zum Beispiel die DAT-GUI lasse ich hier jetzt raus. Die brauchen wir nicht. Was wir allerdings brauchen, ist eine Function, die uns Spotlights generiert. Das heißt generate, generate, spotlight und hier die Color erstmal und dann die Intensity sind die Variablen dafür. Und ja, im Endeffekt funktioniert das relativ gleich. Color, äh Quatsch, Color, Variable light ist gleich new3.spotlight, spotlight mit der Color und der Intensity. Und dann sagen wir hier allerdings, und das ist jetzt der große Punkt, den wir hier neu machen, Cast Shadow. Also das ist eigentlich nicht neu in dem Sinne, aber trotzdem nochmal eine gute Übung. Cast Shadow setzen wir auf True, dann wirft dieses Licht auch Schatten. Wir setzen hier das Penumbra, das habe ich so modelliert in dem Editor tatsächlich, setzen wir auf 0,5, dass es gut aussieht. Ebenso wie, genau hier, das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich bisher, Shadow.mapSize. Shadow.mapSize.Wid, einmal setzen wir auf 2048, das ist im Endeffekt die Auflösung der Schatten-Maps, ja, also wie hochauflösend eure Schatten sind. Und dadurch gehen auch diese hässlichen kleinen Aliasing-Effekte weg. Und ja, das könnt ihr im Browser machen, kostet halt Leistung. Ihr könnt mal einfach probieren, wie gut das funktioniert. So, dann setzen wir noch den Bias, ist gleich 0,001. Wie gesagt, einfach mal selbst mit allem rumspielen und anschließend returnen wir das Light. Ich habe es jetzt hier mal tatsächlich nicht Spotlight, sondern einfach nur Light genannt, damit wir hier nicht extrem viel zusätzlich noch schreiben. Warum ist das eingerückt? Okay, dann haben wir selbstverständlich ein Left Light, ist gleich Generate Spotlight. Und zwar einmal hier mit einer Farbe von RGB 255, 200, 200 und anschließend einer Intensität von 0,5. Und dann haben wir noch das, war Right Light, ist gleich, sondern im Endeffekt kann ich mir das jetzt fast kopieren. Ich verwende halt andere Verse ein kleines bisschen, wobei die Farbe gleich bleibt. Ich habe nur die Intensität auf 1,2 gesetzt gehabt. So, und ja, das ist tatsächlich jetzt so mal ein guter Anfang. Jetzt müssen wir die natürlich noch irgendwie positionieren. Das heißt, wir sagen hier Left Light, Punkt Position, Punkt Set und zwar auf 6, 8, 10. Und dann sagen wir hier Right Light, Punkt Position, Punkt Set und zwar auf 30, 20, minus 10 Summen. Und ja, dann haben wir schon die ersten paar Werte fertig. So, und jetzt bauen wir uns den Hintergrund. Und das ist jetzt der Punkt, den wir heute neu machen. Wir bauen uns den Hintergrund. Das ist Punkt 1, den wir heute neu machen. Mal schauen, ob wir direkt zu Punkt 2 kommen, wobei wir schon bei 5 Minuten sind. Ich glaube, das werden wir dann heute mal lassen. Okay, also das heißt, wir bauen uns den Hintergrund aus. Und jetzt kommen diese wunderbaren Bilder zum Einsatz, die ihr da gehabt habt. Und dazu brauchen wir erstmal die ganzen File Names. Da einfach mal in die Dateien reingucken. Das ist einfach nur eine, ja, mehrere Dateinamen. Einmal PX, die leiten sich ab aus eben PY. Das wäre dann die Y-Richtung. Dann P, ähm, PZ. Genau, das wäre die Z-Richtung. So, und jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Und zwar, die Dinger sind nicht alle gleich sortiert. Wenn man, also wir haben quasi zwei Maps für unseren Hintergrund. Einmal eben, einmal eben diese NZ, NY und NX. Und einmal die PX, PY und PZ. Und eins davon ist logischerweise jetzt vorne. Eins davon ist hinten. Ähm, sieht man eigentlich relativ gut hier. Beziehungsweise eins ist oben, eins ist unten, ja. Und, ähm, das wollen wir hier natürlich auch gleichermaßen hier reinladen. Und deswegen müssen wir die abwechseln. Das heißt, wir brauchen zuerst die beiden für X-Richtung. Dann brauchen wir die beiden für Y-Richtung. Und das heißt, hier einmal noch NY rein. Und dann brauchen wir die beiden für die Z-Richtung. Das heißt, PZ, NZ. So, okay. Und ja, unser Cube, der wird jetzt hier gebaut. Unsere, ähm, äh, unsere Umgebung sozusagen. Das ist eigentlich immer ein Reflection Cube. Das heißt, der, ähm, der lädt die Umgebung und, ja, tut dann so, als wäre das halt wirklich der Hintergrund. Das ist, ähm, ja, eine Technik in der Computergrafik, die man relativ häufig tat. Tatsächlich für solche Hintergründe verwendet. Und die wird auch in solchen Sachen wie Minecraft oder sowas locker verwendet. Ähm, genau. Und ja, deswegen sagen wir hier ein New3.Cube Texture Loader. Klammer, Klammer. So, und der soll jetzt bitte irgendwas laden. Und zwar, naja, den Cube eben laden, basierend auf den Dateien, die wir da haben. Und das machen wir mit der Load-Funktion. Ähm, und diese Load-Funktion, die braucht jetzt ein bisschen mehr Input. Und zwar sagen wir hier Filenames.map. Das heißt, wir fügen auf jeden dieser Filenames was hinzu. Und zwar, ja, das ist jetzt einfach meine Faulheit gewesen. Ähm, ich wollte nicht so viel tippen. Und dachte ich, äh, zah, oh, ups, das wollte ich nicht. Äh, das war im Falschen. Die Klammern müssen nämlich hier rein. Ähm, und ich zeige euch einfach mal, wie man sowas dann schnell machen kann. Also einfach eine Function. Äh, diese Function hat keinen Namen. Vielen Dank auch. Und dementsprechend hat sich hier ein Filename als Parameter. So, und hier sagen wir einfach, wir geben in dieser Datei den Pfad. Also, was ist unser Pfad? Naja, wir haben alle Dateien eigentlich in, ähm, Sekunde, Slash Images gespeichert. Also hier Slash Images Slash Cubemap in meinem Fall. Slash Image Slash, ähm, Cubemap. So, und dann kommt der Dateiname. Naja, was ist der Dateiname? Das ist ja genau das, was wir hier drin haben. Also quasi unser Parameter. Das heißt, Filename. Und dann kommt die Endung. Also, äh, hier Punkt JPG eigentlich immer. So, und das ist das Tolle daran. Das heißt, wir müssen hier nicht wirklich irgendwas anderes machen. So, und damit haben wir quasi unseren, ähm, unseren Reflection Cubed geladen. Und den setzen wir jetzt als Hintergrund. Das heißt, Scene.Background, Background, ist gleich Reflection Cube. So, und ja, dann fügen wir noch ganz kurz unserer Szene die Lichter hinzu. Das heißt, Scene.AddLeftLight und Scene.AddRightLight. Und ja, genau, du mich auch. So, und was wir jetzt übernehmen können von unserem letzten, ähm, ganzen Krams, ist dieses wundervolle Teil hier. Also einmal die Kamera. Äh, die Kameraposition können wir eigentlich so auch übernehmen. Erstmal, ähm, nur unseren Look müssen wir noch ein bisschen anpassen. So, ähm, das bedeutet, wir können hier aber auch den Renderer übernehmen, Shadow Maps enablen, äh, Set Size machen, genau, Color Get ID, äh, Controls können wir machen, das Dom Element können wir machen. So, das heißt, wir können den Teil hier komplett übernehmen. Das ändert sich eigentlich nicht. So, wunderbar. Was wir jetzt noch brauchen, selbstverständlich die Update-Funktion. Da wir hier aber dieses Mal endlich mal was ohne Animationen haben, können wir hier eigentlich relativ direkt sagen, was unsere Update-Funktion machen soll. Und zwar Function Update, ähm, sie frisst natürlich den Renderer, sie frisst die Szene, sie frisst die Kamera und sie frisst die Controls. Und dann können wir hier drin schon direkt sagen, wir, ähm, lassen den Renderer rendern. Renderer.rendel, ähm, und zwar die Szene mit der Kamera. Anschließend wollen wir natürlich, dass unsere Controls upgedatet werden, also Controls.update. Und danach kommt das Request Animation Frame, das wir auch schon ganz gut kennen, indem wir hier einfach das Ding so machen. Und zwar mit einer Function, die genau das tut, ohne irgendwelche Parameter. So, und hier kommt dann natürlich wieder unsere berühmt-berüchtigte Update-Funktion rein. Und zwar mit dem Renderer, in dem Fall bitte mit ER hinten dran, mit der Szene, mit der Kamera und mit den Controls, weil es ein rekursiver Aufruf ist. So, wundervoll. Und wenn wir das jetzt neu laden, äh, werden wir natürlich gar nichts sehen, weil ich noch nicht fertig bin hier unten. Wir müssen natürlich noch var, Szene ist gleich, äh, habe ich sie Init genannt? Ja, ich glaube, ich habe sie dieses Mal Init genannt, nicht wahr? Ja, ich habe sie Init genannt. Und, so, wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir hier, dass ich einen Fehler bekomme. Das liegt einfach daran, dass ich Spotlight falsch geschrieben habe. Ein Spotlight schreibt sich mit großem L, ähm, und mit kleinem L wird das nicht funktionieren. Das muss man dann einfach mal ganz kurz googeln, wie 3.Spotlight eigentlich richtig geschrieben wird, wenn man es nicht unbedingt weiß. Jetzt wisst ihr es, jetzt seid ihr darauf aufmerksam gemacht worden. Und wenn wir das jetzt neu laden, dann sehen wir, dass ich hier aus Versehen, äh, geschweifte Klammern drumherum gesetzt habe, warum auch immer ich das gemacht habe. Fragt mich bitte nicht, manchmal tippt man einfach einen Fehler ein, aber zum Glück wird das hier unten ja direkt angezeigt. Das heißt, wir sehen hier direkt, an welcher Stelle im Code wir eigentlich einen Fehler haben und können dann direkt sehen, was das Problem ist. So, und jetzt sehen wir direkt, dass ich noch einen Fehler gemacht habe, weil ich einen Slash vergessen habe. Ich trottel. Ähm, und zwar cubemap.px.jpg wird natürlich nicht gefunden. Das Ding befindet sich im Ordner cubemap.slash, das Bild, also den Bildnamen. So, und ja, jetzt sehen wir, dass unsere Szene mit einem richtigen Hintergrund geladen ist und dass der Hintergrund auch wirklich durchgehend ist. Und ich kann nach unten gucken, ich kann nach oben gucken, es sieht einfach richtig aus. Und da sehen wir auch, es ist wichtig, in welcher Reihenfolge ihr die Bilder ladet. Lasst mich das mal ganz kurz falsch rum machen. Lasst uns mal hier ganz kurz sagen, wir wollen nx, äh, dann ny und dann nz laden. So, sollte das passen? Ja, ich denke, das passt soweit. Ähm, und dann sieht das folgendermaßen aus. Dann sehen wir hier, ups, irgendwas ist komplett verdreht. Ja, also das ist natürlich komplett falsch. Und wie gesagt, das liegt daran, dass wir eben die Reihenfolge beachten müssen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also zuerst px, dann nx, dann py, dann ny, dann pz, dann nz. Und dann habt ihr eigentlich die richtige Reihenfolge und alles sieht smooth aus. Und man sieht eigentlich gar nicht, dass da Bilder dazwischen sind. Das ist das Tolle da drin. Okay, das war jetzt ein langes Video. Nächstes Mal geht es weiter. Nächstes Mal laden wir endlich den tollen Wolf, den wir hier schon mal angeguckt haben uns. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.